In unserer achten Übung geht es wieder um den absoluten Bezug, also um eine fixe Zelle und wir schauen uns auch ein paar Formatierungen an. Unten in der Beschreibung zum Video findet ihr wieder dieses Dokument zum Herunterladen und auch einen Link zur kostenlosen Lernplattform, wo ihr noch viele weitere Übungen und auch Videos finden könnt. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Wir haben hier oben in dem Bereich eben einen sogenannten Schulausflug, den haben wir definiert mit den Kosten Bus, Eintritt in den Zoo und das Jahrsengeld und wir sollen dann ausrechnen, wie hoch sind die Kosten pro Schüler. Als nächstes haben wir drei Klassen, die an diesem Schulausflug teilnehmen, die verschiedene Schüleranzahlen haben und wir sollen hier ausrechnen, wie hoch die Kosten pro Klasse sind, also wie viel Geld der jeweilige Lehrer einsammeln muss für diesen Ausflug. Unten haben wir schon die Aufgabe. Erste Aufgabe berechnen Sie in B7, die Kosten pro Schüler mit der Summe-Funktion. Also wir klicken in das Feld hinein, wo das Ergebnis stehen soll, in die Zelle B7 hinein klicken und die Kosten pro Schüler erhalten wir mit der Summe-Funktion. Funktionen haben wir hier rechts oben. Dort wo Autosumme steht, bitte immer auf den Pfeil nach unten klicken, auch wenn ihr die Summe wollt, zumindest für die Anfänger, die noch nicht so fit sind in dem Ganzen und dort dann die jeweilige Funktion auswählen. Wir brauchen die Summe. Der Bereich B4 bis B6 wird uns vorgeschlagen. Das stimmt auch, also können wir mit Enter bestätigen. Das heißt, die Kosten pro Schüler sind 13 Euro. Übertragen Sie das Format von der Zelle A4 auf die Zelle A6. Auch hier, wie in Word schon kennengelernt, wenn wir in A4 drinnen sind, einmal auf Format übertragen klicken, oben auf diesen Pinsel und auf A6 klicken. So können wir das Format übertragen. Der dritte Punkt. Berechnen Sie in der Zelle C11 die Kosten pro Klasse mit der Formel B7 mal B11. Es steht auch dabei, verwenden Sie passende Zellbezüge und kopieren Sie die Formel in die darunterliegenden Zellen bis C13. Immer wenn dort steht, verwenden Sie passende Zellbezüge oder die Formel soll kopierbar sein und so weiter, bedeutet das Achtung, eine Zelle von den beiden ist eine fixe Zelle. Wir schauen uns kurz an, womit will er rechnen. Er will B7 mal B11 rechnen. Welche Zelle von den beiden bleibt fix und welche variiert? Die Kosten pro Schüler bleiben fix und die Schüleranzahl, die ändert sich. Das heißt, wenn wir bei dem Teil der Formel sind, wo wir die Kosten pro Schüler nehmen, müssen wir das Ganze mit F4 fixieren. Schauen wir uns das Ganze gleich direkt an. In der Zelle C11 bitte Kosten pro Klasse. Da klicken wir hinein in die erste leere Zelle und dort sollen wir selber multiplizieren. Wenn wir eine eigene Rechnung plus minus mal dividiert machen wollen, haben wir gesagt, starten wir die Formel mit einem Plus. Also bitte Plus zum Formel starten. Dann haben wir hier schon stehen B7. Wir klicken auf B7 und diese Zelle soll fixiert sein. Bitte mit F4 fixieren. Auf der Funktionstaste oben bei der Tastatur F4 einmal nur drücken und dann mal B11 anklicken. Wenn wir auf Enter drücken, haben wir 247 heraus und wenn wir das jetzt herunterziehen bis zur Zelle C13, das heißt bitte auf das Ergebnis noch einmal klicken, mit der Maus rechts unten zum schwarzen Eckpunkt hinfahren, so dass wir das Fadenkreuz haben, drücken gedrückt lassen und runterziehen bis zu C13. Dann rechnet er uns quasi die Kosten pro Klasse aus, je nachdem wie hoch die Schüleranzahl ist. Und der letzte Punkt bei dieser Aufgabe, verändern Sie die Farben der Rahmenlinien im Bereich von A10 bis A13 auf schwarz. Da markieren wir uns zuerst den Bereich, den wir brauchen, das heißt hier bitte A10 bis C13 markieren. Und Rahmenfarben kennen wir eigentlich auch schon von Word. Es gibt hier bei der Schriftart die Rahmen und mit dem Pfeil nach unten würde es dort auch Linienfarbe geben. Auch dort können wir das Ganze einstellen, aber da müssen wir es zeichnen. Das heißt, ich empfehle euch immer, wenn ihr solche Formatierungen braucht, klickt bitte auf den Pfeil nach unten und nehmt ganz, 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 ganz unten weitere Rahmenlinien. Weil dort könnt ihr noch einmal die verschiedenen Einstellungen vornehmen und wir brauchen bitte als Rahmenfarbe schwarz und können hier sagen, innen und außen. Dann müssen wir hier nicht die einzelnen Rahmen auswählen. Also hier oben einfach innen und außen. Wenn wir auf OK drücken, dann haben wir das Ganze in schwarz formatiert. Wenn dir das Video gefallen hat und du weitere kostenlose Videos sehen willst, lass mir ein Like hier und abonniere bitte den Kanal. Bis zum nächsten Video.